Die Meisen sind zu Gange. Sie randalieren. Sie wollen unbedingt reindringen. Die Blaumeise ist am Zugang. Den Schaumstoff haben sie mir rausgezupft. Das Klebeband haben sie mir weggerissen. Die Hölzchen haben sie mir runtergeschmissen. Jetzt werde ich sie mal festschrauben. So ist es halt, wenn die Blaumeise rausgekriegt hat, dass es da Futter gibt. Dann versucht sie da reinzukommen und die frische Biene sich zu holen. Habt ihr auch Probleme mit Meisen? Ciao, ciao, euer Matze. Liken, abonnieren, nicht vergessen. Kommentieren. Wer macht eure Fluglöcher auf? Schraube über Teile. Das war's für heute.